So, wir kommen jetzt zur Video-Hörprobe von Konfetti in der Blutbahn und Elvis ist auch noch dabei. Eines Nachts, da stand vor meiner Wohnungstür ein herrenloses Narrengen und bat mich um Asyl. Ich stand da und hab es lachend angesehen, vielleicht passt es ja gut zu mir, das war gleich so mein Gefühl. Am Samstagabend hab ich dann das niemal ausprobiert und montags drauf bin einer Mail beim Jokos adoptiert. Ich hab Konfetti in der Blutbahn und beim Schlachtrufe heißt Elau. So, das war's aus dem Tonstudio. Elvis legt dich ab. Elau! Ich war mittendrin.